Millionen Rentner wollen nicht frieren. Die Strom- und Gaspreisbremse ist beschlossene Sache. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Was auf die Bürger und Rentner in Deutschland zukommt im Zusammenhang mit der von der Bundesregierung beschlossenen Gas- und Strompreisbremse, hier in diesem Video ein Überblick. Für Gas- und Fernwärmekunden übernimmt der Staat die Abschlagszahlung für den Monat Dezember 2022. Ab Januar 2023 tritt dann eine Strompreisbremse in Kraft. Ab März 2023 soll die Gaspreisbremse und die Fernwärmebremse kommen. Angestrebt ist aber ein rückwirkender Beginn ab Februar 2023. Weiterhin soll es Soforthilfen für Härten geben. Ein Härtefallfonds soll eingerichtet werden. Und im Rahmen dieses Paketes hat die Bundesregierung auch noch das 49 Euro Deutschland-Ticket beschlossen für den ÖPNV. Wie bekomme ich nun die Dezemberhilfe? Das wird automatisch passieren. Sie müssen da keinen Antrag stellen. Als Kunde bei einem Versorger wie bei Stadtwerken zahlen Sie im Dezember keinen Abschlag für Gas- und Fernwärme. Das übernimmt der Staat sozusagen für Sie. Wenn Sie aber Heizkosten an den Vermieter zahlen, also Heizkostenvorauszahlungen an den Vermieter zahlen, läuft die Sache ein bisschen anders ab. Sie erhalten dann im Dezember eine Information von Ihrem Wohnungsunternehmen oder Ihrem Vermieter, dass die Entlastung in der nächsten Betriebskostenabrechnung berücksichtigt wird. Das heißt für Bewohner mit Mehrfamilienhäusern, mit Gas-Zentralheizungen oder Fernwärme wird die Entlastung aus dem Jahr 2022 über die Nebenkostenabrechnung im Jahr 2023 erfolgen. Aus meiner Sicht viel zu spät. Das ist also eine ganz, ganz schlechte Regelung, die hier der Gesetzgeber getroffen hat. Sollten Sie als Mieter oder Mieterin bereits 2022 eine Erhöhung Ihrer Abschläge erhalten haben, werden Sie im Dezember einmalig um diese Erhöhung entlastet. Wann tritt die Gaspreisbremse in Kraft? Das ist eine ganz spannende Frage. Es ist geplant, dass die Gaspreisbremse zum 1. März 2023 kommen soll. Aber nach einer aktuellen Beschlussvorlage der Bundesregierung soll es wohl ein rückwirkender Beginn der Gaspreisbremse zum 1. Februar 2023 geben. Dieser wird angestrebt. Die Gaspreisbremse endet April 2024. Die Gaspreisbremse soll so funktionieren, dass Sie für 80% Ihres Vorjahresverbrauchs nur noch 12 Cent pro Kilowattstunde Gasverbrauch zahlen. Die Grundlage dafür ist die Jahresverbrauchsprognose, die Ihrer Abschlagszahlung aus dem September 2022 zugrunde lag. Alles, was darüber hinausgeht, bezahlen Sie zum marktüblichen Preis Ihres Gasanbieters. Wenn Sie weniger Energie verbrauchen, also unterhalb dieser 80% bleiben, müssen Sie die monatliche Entlastung durch die Gaspreisbremse nicht zurückzahlen. Damit soll Sparen belohnt werden. Die Fernwärmebremse wird ab März 2023 auch so ähnlich funktionieren, analog wie die Gaspreisbremse, nur dass hier im Preis von 9,5 Cent pro Kilowattstunde Fernwärme auf 80% des Vorjahresverbrauchs gedeckelt ist. Was oben drüber geht, müssen Sie wieder zu marktüblichen Preisen bezahlen. Auch hier gilt der Grundsatz, Sparen lohnt sich. Gas- und Fernwärmebremse muss ich nicht beantragen, wenn Sie Privatkunde sind. Das erfolgt dann automatisch. Die Strompreisbremse kommt zum 01.01.2023. Diese Bremse soll viele Millionen Menschen und Rentner entlasten. Als Verbraucher zahlen Sie für Strom maximal 40 Cent pro Kilowattstunde Verbrauch. Es gilt das Grundkontingent in Höhe von 80% der Vorjahresprognose. Hört sich alles so ähnlich an wie bei der Gas- und Fernwärmebremse. Auch hier wird der September 2022 für die Ermittlung der entsprechenden Jahresprognose zugrunde gelegt. Muss ich die Entlastungen, die ich erhalte, auch noch zusätzlich versteuern? Entlastungen sind im Sinne des Einkommenssteuergesetzes grundsätzlich geldwerter Vorteil. Dieser Geldwerte-Vorteil durch die Strom- und Gaspreisbremse soll aber nur für diejenigen Bürgerinnen und Rentner gelten, die als Steuerpflichtige den Soli-Zuschlag zahlen. Das gilt aber erst bei höheren oder hohen Einkommen. Die Grenze liegt bei einem Alleinstehenden bei 75.000 Euro. Die Einmalzahlung im Dezember 2022 ist laut der Beschlussvorlage der Bundesregierung nicht von der Steuerpflicht umfasst. Was gibt es für Hilfen, wenn ich eine Öl- und eine Pelletheizung habe? Die Bundesregierung plant auch hier Entlastungen für Mieterinnen und Mieter sowie Bewohnerinnen und Bewohner von selbstgenutzten Wohneigentum, die durch hohe Preise für Öl- und Holzpellet stark überfordert sind. Hier soll es Härtefallregelungen geben. Das heißt also, Sie können hoffen, dass der Härtefallfonds auch hier für Sie greifen wird. Für wen soll es die Härtefallregelungen geben? Für viele Betroffene wird es trotz der Strom- und Gaspreisbremse zu finanziellen, zu hohen finanziellen Belastungen kommen, die Sie nicht schultern können. Das ist im Übrigen auch mal eine ganz große Befürchtung, dass wir hier viele, viele Millionen Menschen haben, die trotz der Strom- und Gaspreisbremse die anfallenden Kosten nicht bezahlen können. Hier sollen Härtefallregelungen in Form von Hilfsprogrammen aufgelegt werden. Die Bundesregierung will insgesamt 12 Milliarden Euro für diese Härtefallregelungen zur Verfügung stellen. Die Details will Bund und die Länder noch gemeinsam erarbeiten. Viel Zeit dafür ist aber nicht mehr. Was für Möglichkeiten der Unterstützung habe ich, wenn ich meine Energierechnung bis zur Gas- und Strompreisbremse überhaupt nicht bezahlen kann? Hier gibt es verschiedene Varianten. Hoffen wir, dass die Härtefallregelung tatsächlich kommt. Dazu gibt es aber noch nichts Substantielles, hatte ich ja gerade gesagt. Dann bleibt Ihnen letzten Endes nur noch übrig, entweder Wohngeld zu beantragen. Das kann ich sowieso nur empfehlen. Beantragen Sie das bitte im Dezember schon 2022 für den Monat, für den Januar 2023. Wir wissen, dass das Wohngeld massiv ausgeweitet worden ist. Im Wohngeld soll eine dauerhafte Heizkostenkomponente für Entlastung bei Heizkosten sorgen. Und sodass Sie also hier einen Zuschuss für die Warmmiete beantragen können. Wenn Sie die Heizkosten und die Miete nicht zahlen, weil Sie weniger als das Sozialhilfeniveau zum Leben haben, dann haben Sie bitte keine Angst und keine falsche Scham. Gehen Sie zum Grundsicherungsamt, zum Jobcenter und beantragen Sie Grundsicherung fürs Alter oder Erwerbsminderung oder meinetwegen auch Hartz IV. Es gelten für Sie noch bis zum 31.12.2022 die Corona-Sonderregelungen. Sie müssen zwei Jahre lang nicht umziehen, egal wie groß Ihr Haus oder Ihre Wohnung ist. Sie können 60.000 Euro an Schonvermögen behalten. Das gilt für Einzelpersonen. Bei Eheleuten sind es 90.000 Euro. Die Regelungen zur Gas- und Strompreisbremse sind wirklich extrem komplex. Aus unserer Sicht können wir nur sagen, das kommt alles viel, viel zu spät. Für Millionen Menschen mit geringen Einkommen, auch Rentner sind davon betroffen, ein Wettlauf mit der Zeit und mit der Kälte. Solange die Regelungen zum Härtefallfonds nicht klar sind, werden viele Menschen wohl leider frieren müssen, weil sie schlicht und ergreifend ihre Strom- und ihren Gaszufuhr trosseln, damit sie nicht zu viel verbrauchen und weniger bezahlen, damit noch ein bisschen was übrig bleibt, auch zum Leben und zum Essen. Ein Zustand, den die Bundesregierung aus meiner Sicht allein zu verantworten hat. Wir können nur hoffen, dass es nicht so weit kommen wird, dass Millionen Menschen in Deutschland, auch Rentner, frieren müssen in diesem Winter. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel 1 1 1 1 2 Vielen Dank.